Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir angekommen in Folge 2 der 4. Staffel, die ihr wie alle anderen hören könnt in der ARD-Audiothek, bei hr-info und natürlich auf allen Podcast-Channels. Und ihr könnt sie sehen in der ARD-Audiothek und bei YouTube. Wir freuen uns, dass wir in dieser schwierigen Zeit, wo sich Pandemie und Dunkelheit da draußen treffen, mit euch unsere erste Live-Show in der Batschkab erleben durften. Wir hoffen, das wird sich wiederholen am 19. November und am 14. Januar. Da ist es dann zwar immer noch dunkel, aber hoffentlich nicht mehr ganz so beunruhigend. Also Leute, tragt Masken, seid bitte klug und wir fangen dann mal an mit einem echten Fall, vielen, vielen echten Urteilen heute, unschön im echten Leben und den wie immer sehr klugen Gedanken und Fragen des Basti Red. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Pandemie und Dunkelheit ist mir im Kopf geblieben. Das klingt wie ein sehr gutes Buch, was ich auf keinen Fall lesen will. Was jemand auch nicht lesen wollte. Darum handelt der Fall heute. Wir hören uns mal an, was da passiert ist. Renate Künast von den Grünen gehört zu den Hassfiguren der Rechten. Gegen Anfeindungen im Netz wehrt sich die ehemalige Bundesministerin juristisch. Das hat auch ein 55-jähriger Frankfurter gemerkt. Er hatte Künast bei Facebook auf das Übelste beschimpft, weil sie angeblich 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus gesagt haben soll, Sex mit Kindern sei ganz okay, solange keine Gewalt im Spiel sei. Künast hatte das aber nie gesagt. Es war eine klassische Internetlüge in den sozialen Netzwerken. Für die Beschimpfung stand der Mann im September 2020 vorm Frankfurter Amtsgericht. Das verurteilte ihn zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe. Nicht nur wegen der Beleidigung. Bei dem Mann, der Künast wegen erfundener, pädophiler Äußerungen beschimpft hatte, wurden auch Kinderpornos gefunden. Normalerweise baut sich so eine Wut, die ich hier immer habe, auf. Die ist jetzt hier schon am Anfang da mit dem letzten Satz. Der Typ beleidigt die im Internet von wegen, ja Kinder, bla und bla. Und dann wird bei dem auch Material gefunden. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Digga, was soll das denn? Also, da würde ich mich komplett zurückhalten. Ich muss sagen, mein erster Gedanke war, ich finde es auch mega dumm. Weil ich mache ja durch so eine Sache, mache ich ja auf mich auf, Max Kamp. Und wenn ich dann irgendwas zu verbergen habe, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Nun, er schien ja zu glauben, er hat nichts zu verbergen. Und er schien sich doch auch sicher, wie so viele, die sich da austoben im Netz mit all ihrem Frust und all ihrer Wut. Also, grüße wir sie. Jo, aber bei dir war die Polizei noch nicht in der Tür, oder? Nee, ich habe die Polizei noch nicht gerufen. Der hat sie auch nicht gerufen. Ja, also, du hast schon gesagt, es geht hier um Hass im Internet. Wir haben ja schon gehört, was da rumging. Ich versuche trotzdem, wahrscheinlich heute ein bisschen anders, trotzdem eine Chronologie reinzubringen. Wie ist das? Was ist als erstes passiert? Als erstes hat es irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren eine Debatte gegeben über den Umgang der Grünen mit dem Thema Pädophilie und Sex mit Kindern. Und Hintergrund ist eine Diskussion, die schon sehr, sehr alt ist, nämlich mehr als 30 Jahre alt ist oder noch viel älter ist. Also, die Diskussion der grünen Zeit, Daniel Cohn-Bendit in Frankfurt, der auch ein Buch geschrieben hat, das er hinterher sehr bereut hat, von dem er sich dann auch distanziert hat. Eine Art Manifest, hat er später mal gesagt, gegen die bürgerliche Gesellschaft sei das gewesen. Der große Bazar hieß das Ding, 1975 rausgekommen. Und in der Tat stehen da seltsame Dinge darin. Er sagt, es war eine Fiktion aus, es war eine Kolportage, eine merkwürdige Kolportage zwischen Fiktion und Erlebten. Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich sehr deutlich machen will, dass sich die Grünen fast unisono davon distanziert haben, dass sie dieses Thema diskutiert haben, ist Sex mit Kindern erlaubt. So, und dann gab es 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus erneut eine Debatte darüber, wo ein CDU-Politiker gefragt hat nach der Haltung der Grünen zum Thema Pädophilie. Und weist auf den Gesetzentwurf des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Jahrzehnte zuvor hin, wo es um die Entkriminalisierung ging und um Pädosexualität. Und da liest er etwas vor und dann ruft Renate Künast zur Ergänzung dieser Frage, ganz wichtig, zur Ergänzung dieser Frage rein, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Dieser kleine Teil wird später dann, nämlich 2015, rausgegriffen in einem Artikel in der Welt und dann eben in den sozialen Netzwerken, wo es heißt, klingt das nicht so, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt in Ordnung. Künast hat immer gesagt, nein, 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 aber das hat sich, und das sind, glaube ich, die gefährlichen Gesetze im Netz, das hat sich komplett verselbstständigt. Das heißt, die hat das tatsächlich gesagt, einmal in einem komplett anderen Zusammenhang. So ist es. Und das wurde aber rausgegriffen und ihr wurde unterstellt, was ja auch kein unbekanntes Phänomen ist. Also bei den Grünen hört man das immer. Es gibt dann sehr, sehr viele Leute, die sich auf die Grünen stürzen und sagen, hier, da habt ihr immer das gesagt, da habt ihr immer das gesagt, bla 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 bla, um, wie man es halt so kennt, politische Gegner zu diskreditieren. So, das wurde jetzt hier in dem Einzelfall so gemacht, dieses Zitat wurde rausgegriffen und die haben der unterstellt, dass sie Sex mit Kindern okay findet, solange keine Gewalt im Spiel ist. Das ist das, was ihr unterstellt wird. Ja. So, das fängt ja aber dann trotzdem irgendwann, wo hat das denn dann angefangen? Es gibt einen rechten Blogger, Sven Liebig, und der hat sich einen eigenen Weg ausgedacht. Der geht so, ich nehme eine Nachricht, ich suche mir einen kleinen Aspekt raus, ich verbreite den, ich garniere den mit entweder, wie in diesem Fall, verfälschten, weil verkürzten Zitaten oder erfundenen Zitaten. Und dann poste ich das bei mir, bei Facebook. Okay, das heißt, es ist ein Facebook, das ist der Ursprung. Das ist der Ursprung und so war das, das verselbstständigt sich dann ganz, ganz schnell. Und auch hier unser Angeklagter hat unter anderem reagiert auf einen Post von diesem, ja, ich würde den als Rechtsextremist bezeichnen, von diesem Rechtsextremisten und hat dann munter eben auch losbeleidigt. Das heißt, bei dem auf der Seite, wo findet man das? Das ist dann, weil für mich ist es auch ein bisschen entscheidend zu denken, okay, ist das eine geschlossene Gruppe? Also machen die das unter sich so? Nein, es ist öffentlich. Das heißt, er hat das öffentlich gepostet, Renate Künast, und der Typ, um den es hier geht, der hat einfach nur unten drunter kommentiert. Der hat einmal bei dem unten drunter kommentiert. Und er hat kommentiert auf der Facebook-Seite AfD-Freunde-Kinzigtal. Auch da hat er wilde. Surprise. Ich habe mir das angeguckt, also da ist alles drin, was man erwartbar ist. Jetzt muss man ja wirklich schrecklicherweise sagen, was erwartbar ist. Also, der Staatsfunk in Anführungsstrichen wird kritisiert. Von Zwangsgebühren ist die Rede und so weiter und so fort. Also, es werden alle angegriffen. Er hat übrigens nicht nur Renate Künast da beleidigt, er hat auch Claudia Roth, auch eine Grüne, auch die hat er beleidigt. Gut, das heißt, wir haben jetzt mal rausgefunden, das und das hat stattgefunden, jemand hat es rausgegriffen. Das führt dazu, dass unser Freund hier, der hier angeklagt ist, gedacht hat, ich beleidige jetzt mal. Was genau hat er denn, was genau sind denn die Beleidigungen, die da jetzt, oder was hat er denn überhaupt erstmal gemacht? Und dann dröseln wir mal auf, was davon überhaupt strafbar ist. Also, er hat laut Anklage unter diese Posts beleidigt. Der Finger geht hoch. Der Finger geht hoch, ich will jetzt mitschreiben, weil ich finde es trotzdem interessant, ob das alles beleidigt, also, ob das alles jetzt zur Verhandlung steht oder nur einzelne Sachen. Also, in diesem Fall stand zur Verhandlung Drecksfotze. Okay. Wir notieren. Drecksfotze. Es gab aber andere Beleidigungen, die eine große Rolle gespielt haben, weil Renate Künast da sehr, sehr aktiv ist und die Leute verfolgt. Und, ähm, es ist ein sehr spektakuläres Urteil, ein erstes, sag ich bewusst erstes Urteil dazu gegeben hatte, ähm, in Berlin und da ging es um Beleidigungen wie Stückscheiße. Das darf man nicht. Schlampe, Drecksau, Sondermüll, auch nicht. Drecksau darf ich auch nicht sagen. Wow. Na, ich würde doch, ich würde sagen, es kommt immer auf den Zusammenhang an und es kommt natürlich darauf an, ob sich jemand beleidigt fühlt und es kommt darauf an, ob er es verfolgen lässt. Renate Künast hat es verfolgen lassen. Und, äh, das führte dann, wie gesagt, zu diesem Urteil aus Berlin, wo das Landgericht im September 2019 gesagt hat, sämtliche, in diesem Fall 22 beanstandete Kommentare von ihr seien alle juristisch nicht, äh, zu verfolgen. Nämlich, die seien alle von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ach so, doch. Also, okay. Halt. Riesenaufschrei, zu Recht. Künast, die in, ähm, die, die dieses Urteil angefochten hat und die dann in zwei Folgeentscheidungen jedenfalls teilweise revidiert worden ist, diese Entscheidung. Und, äh, zwölf Kommentare sind Beleidigungen, haben die Richter dann entschieden. Das heißt, man geht das einzeln alles durch. Ja. Das nicht, das ja, da kommt noch eine zweite Instanz. Das heißt, das ist ein Riesenaufriss auch. Ja, das ist auch richtig so. Weil Meinungsfreiheit ja in der Tat ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und weil du musst ja differenzieren. Du, eine Renate Künast als Politikerin muss sich mehr gefallen lassen als unsere Eins. Weil die in der Öffentlichkeit steht, etc. Wer sagt das? Na, das sagt die Rechtsprechung. Die sagen, aber wo liegen die da die Grenze fest? Also, welcher ist der Schritt, den ich gehe, wo ich sage, okay, ich verlasse gerade den Raum, wo du gesagt hast, wo wir bei drin sind und in welchen Raum geht die Künastwand? Die Grenze ist immer da, wo du als Privatmensch persönlich in deiner Ehre verletzt wirst. Das darfst du nicht. Okay, das heißt... Aber, aber das ist ja sehr schwammig, ne? Das meinte ich ja. Wenn ich jetzt zu Renate Künast sage, hier meine Gefallen, deine kurzen Haare nicht, dann hat das ja nichts mit ihrer Tätigkeit als Politikerin zu tun. Das heißt, das ist eigentlich eine Beleidigung. Wenn ich das ein bisschen drastischer formulieren würde. Wenn ich jetzt aber sage, deine Handlung als Politikerin... Das denke ich darüber nach, wie man das drastischer formulieren kann. Du bist eine hässliche Kurzhaarfotze. Ja, dann ist aber die Fotze das Problem. Keine Ahnung. Ich finde das interessant, weil eigentlich wäre es ja, es ist ja auch gemein eigentlich, gegen jemand, der kein Politiker ist, dass man das zudem... Beziehungsweise gegen die Politiker ist es gemeint, dass der sich mehr anhören muss. Ja, also es hat eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung mal gegeben. Ich meine, da ging es um ein... Entweder war es ein Staatsanwalt oder ein Richter. Es war jedenfalls jemand von der Justiz. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, die müssen sich mehr gefallen lassen. Mehr im Sinne von, wenn sie da in ihrer Funktion angegriffen werden. Die müssen sich natürlich auch nicht als Drecksauschlampe oder Sondermülbe schimpfen lassen und Stück Scheiße auch nicht. Diskussionen haben wir auch immer bei den Polizisten übrigens, fällt mir gerade auf. Darf ich hier schon mal unseren Freund Lossi Bossi anrufen? Weil ich habe, glaube ich, eine Frage an ihn, wenn wir das Thema jetzt schon aufgemacht haben. Verurteilt. Heike Berufgas passiert mir nie mehr, der Fehler, dass ich es andersrum mache. Und Basti Redzend hier. Hallo. Wir sind früh heute, ne? Wir sind früh dran, weil wir haben ziemlich schnell in der Chronologie eine kleine allgemeine Ausfahrt genommen. Und da sind wir bei einem Punkt gelandet, wo es darum geht, wir reden bei dem Fall Renate Künast. Okay. Die im Internet nach Beleidigung, ich weiß nicht, ob die da gesucht hat, hat auf jeden Fall welche gefunden, die angeklagt. Jetzt sind wir bei der Frage gelandet, was darf man eigentlich? Weil Heike meinte zu mir, dass Politiker zum Beispiel sich mehr anhören müssen als, keine Ahnung, Versicherungsmakler. Ja, also grundsätzlich liegt es daran, nicht nur an der Politiker, sondern auch an der Person des öffentlichen Lebens. Das ist sozusagen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Okay, Person ist, das heißt Politiker an sich, damit hat es nichts zu tun? Nee, nicht mit der Position des Politiker, sondern auch Journalisten oder Schauspieler, Fußballer und so weiter und so fort. Also Personen, die grundsätzlich mehr im Blick der Öffentlichkeit stehen, müssen mehr aushalten als, sag ich mal, der Normalbürger. Warum? Weil bei denen konkret einfach die, 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 also es ist ja wieder schwer zu erklären. Deswegen rufe ich an. Ja, genau. Also es ist so, weil ich als Normalbürger durch mein Verhalten, durch meinen Job, den ich habe, ja nicht im Allgemeinen dafür kritisiert werden kann, wie ich mich verhalte. Und bei Personen des öffentlichen Lebens ist die Kritik immer eher auf deren Verhalten oder beziehungsweise auf deren Beruf bezogen, nicht auf die Person. Und das ist ja der Unterschied, also das ist ja der Grund, wann etwas zu einer Beleidigung kommt. Und es wird ja grundsätzlich ein Thomas Müller nicht dafür verantwortlich oder beleidigt, weil er Thomas Müller als Person ist, sondern weil er als Fußballer des FC Bayern gewisse Dinge macht. Und dann wird er als Person des Fußballers beleidigt. Okay, das heißt, und deswegen müssen die mir aushalten, weil ich die Tätigkeit von denen kritisieren darf, aber sie nicht, oder was? Genau, ich glaube, das falsche Aushalten, vielleicht ist es der falsche Begriff oder mehr Aushalten, der falsche Begriff, ist sozusagen später in dem Beleidigungspartbestand, weil es immer konkret eine Person beleidigt werden muss als sich und nicht in einem Gesamtkontext vielleicht noch im Zusammenhang zu dem Beruf oder der Handlung hergestellt werden kann. Und wenn die Heike jetzt zum Beispiel wegen eines Artikels kritisiert wird und auch beleidigt wird, dann bezieht sich das ja auf die Art und Weise, wie sie das geschrieben hat, die den Beruf ausgutzt hat und nicht auf sie als Person. Okay, das heißt, damit ich es verstehe, wenn ich Dietmar Hopp beleidige für seine Tätigkeit als Investor, darf ich das? Ja, also grundsätzlich gibt es ja gerade bei dem Thema Dietmar Hopp bisher noch keine obergerichtliche, rechtskräftige Entscheidung, die sagt, das sind beleidigungen. Das ist richtig. Es gab einzelne amtsgerichtliche Entscheidungen, aber ausschützliche sind fein. Und die haben konkret festgestellt, zunächst, das ist erstmal eine Beleidigung, weil ich sage mal, meiner Kenntnis sind wir aber auch im Rechtsmittel, also in der nächsten Instanz. Okay, das heißt, es ist noch nicht abschließend. Aber ich glaube, es ist anhand der ganzen Beispiele deutlich geworden, dass es hier tatsächlich dann um die Handlungen geht, die in der Öffentlichkeit stattfinden, die dann irgendwie kritisiert werden, wo man dann trennen muss. Genau. Okay, doch, mein Lieber, halt dich bereit, such den Ort, wo dein Empfang ein bisschen besser ist. Wir rufen dich später nochmal an. Ja, ja, alles klar, mach ich. Danke, bis gleich. Ich glaube, das habe ich verstanden. Vielleicht machen wir dann an der Stelle gleich noch Strang zwei dieser Prozesse, also eins, haben wir jetzt gesagt, ist Berlin gewesen, dann haben wir aber auch... Hat aber der Typ noch nichts mitzutun? Nein, 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 nein. Das sind auch alles zivilrechtliche Auseinandersetzungen gewesen. Hier unser Typ, der stand ja vorm Strafgericht. Da muss ich leider einhaken. Kannst du uns das auftrennen, weil die Frage habe ich hier stehen, dann streiche ich die jetzt weg. Also hier haben wir in dem Fall, den wir jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen werden, haben wir einen, wo die Staatsanwaltschaft Frankfurt gesagt hat, du, oder es war die Generalstaatsanwaltschaft, muss ich korrekterweise sagen, du hast erstens die Künners beleidigt, die hat das angezeigt. Ja, das hat sie schon. Und dann die Sache mit der Kinderpornografie, das war ja ein Zufallspund, als sie da hingegangen sind und haben durchsucht. Was wäre, wenn es nicht dabei gewesen wäre mit den Dings? Na, dann hätten sie es mitbekommen müssen. Sie hätten es merken müssen. Die Staatsanwaltschaft, oder in dem Fall die Generalstaatsanwaltschaft, hätte gucken müssen und hätte es entdecken müssen. Das macht übrigens dann meistens LKA oder BKA. Da wird natürlich schon gescannt nach sowas. Das ist dann quasi entscheidend, bei welchem Gericht das landet? Das heißt, wenn Renate Künners selber tätig wird, ist es Zivilgericht? Nein. Wenn Renate Künners Schmerzensgeld zum Beispiel will, dann sind wir im Zivilrecht. Okay, und was ist, wenn... Das will die auch. Ach, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist der Straf. Vielleicht kann man es sich vereinfacht so merken, im Zivilrecht streiten zwei private Parteien. Künners gegen den. Künners gegen den, und da geht es darum, das Gericht davon zu ich als eine Streitpartei muss das Gericht davon überzeugen, dass ich Recht habe. Ich muss alles anschleppen. Das Gericht muss davon Amts wegen gar nichts tun. Das ist Zivilgericht. Das sind wir im Zivilrecht. Und das Strafgericht, da ist es anders, da muss der Staat dir nachweisen, dass du was getan hast. Du musst deine Unschuld nicht beweisen. Der Staat muss hergehen und muss das machen. Das ist der große Unterschied. Und es hat aber zivilrechtliche Auseinandersetzungen auch in Frankfurt gegeben. Da war Künast sehr erfolgreich. Da ging es um diesen Blogger. Da hat das Gericht gesagt, dieser Facebook-Post, nee, andersrum, der Blogger hat gesagt, dieser Facebook-Post von ihm, also das verkürzte Zitat und so, da fasse er das zusammen, was die ja wirklich gemeint hat. Und das Gericht hat gesagt, nein. Erst das Landgericht, dann hat das Oberlandesgericht das bestätigt und hat gesagt, kann sein, dass die das so gemeint hat. Kann aber auch sein, dass sie es eben genau nicht so gemeint hat. Und im Übrigen hat sie sich ja davon distanziert und sagt hier, du Blogger, du rechter Blogger, das haben die nicht gesagt, sag ich. Du hast die Mehrdeutigkeit dieses Zitats einfach weggeschoben und hast aus dem Zitat ein eindeutiges Zitat gemacht und das darfst du nicht. Okay. Aber um jetzt wieder ein bisschen Ordnung hier reinzukriegen. Halt, darf ich noch mein Zivilkram fertig machen? Es gab noch ein Urteil. Ich will damit auch zeigen, wie erfolgreich die Künast ist. Sehr untriebig auch. Ja. Das ist ja auch anstrengend. Ja, das ist super anstrengend. Also nicht nur diese Beleidigungen immer auszuhalten, sondern auch so dagegen vorzugehen. Nein, und dann kriegst du ja auch ständig einen Brief. Und da muss man das, ich bin schon sauer, wenn das Finanzamt nachfragen hat. Da bin ich schon überfordert. Aber Künast scheint es nicht zu sein, die macht das. Also die hat nämlich auch dafür gesorgt, dass das Landgericht Frankfurt den Büroleiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Netten Leif-Erik Holm zu 3000 Euro Entschädigungen sie verurteilt hat. Auch wieder dieser Weltartikel. Alles Zivilgericht. Alles Zivilgericht. Ja. Okay. Wir sind jetzt aber hier vom Strafgericht. Ich lege den Zettel weg und komme zum Zettel Strafgericht. Das heißt, das ist unser Fall. Das alles war jetzt quasi Vorgeschichte zu dieser Sache, die wir jetzt haben. Meine Frage ist jetzt, in unserem konkreten Fall, muss ich ja davon ausgehen, dass Renate Künast tatsächlich in die Facebook-Gruppe AfD-Freunde-Kinzigtal reingeht. Ja. Und das liest. Ja. Das heißt, die ist so vorgegangen, hat gesagt, ich weiß, dass hier die Hölle los ist. Ich vermute, dass da auch was ist, weil da muss sie auch erst mal drauf kommen. Oder sie scannt es auf ihren Namen, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, auf jeden Fall ist sie da drin. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Die sieht das. So, was mache ich dann? Dann gehe ich zur Polizei oder ich gehe zur Staatsanwaltschaft und erstatte Anzeige. Und sage, ich war hier bei Facebook, schauen Sie sich das bitte an, was da steht. Ja, das ist Beleidigung. Wenn ich Pech habe, dann sagen die Beamten zu mir, schwer mit dem Nachweis, stimmt auch. Weiß nicht und so. Und verweisen dich vielleicht darauf, das doch entweder bleiben zu lassen oder weil es nichts bringt und viel Aufwand bedeutet oder aber es geht dann weiter. In dem Fall ging es weiter. Und weiter heißt in dem Fall was? Weiter heißt, dass die Staatsanwaltschaft, in diesem Fall ist es die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gewesen. Ich betone das deshalb so, weil es hier so eine spezielle Stelle gibt, die nennt sich die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Also das ist dann schon relativ hoch angesiedelt. Und hier geht es um Hate Speech. Und die müssen ja aber dann auch erst mal wissen, wer das ist? Ja. Da steht ja keine Adresse. In diesem Fall war es recht leicht, weil der hat das unter seinem ganz persönlichen Namen und da hat er das gemacht. Also der hat unter Klarnamen. Ja gut, aber es gibt ja mit mir noch jemanden, der so heißt. Ich weiß ja nicht sofort die Adresse von dem oder nicht. Also muss ich, nein, warum meine Frage hinaus soll. Muss Facebook da mitarbeiten? Ja, das gibt doch jetzt so einen neuen Gesetzentwurf und in diesem Gesetzentwurf geht es genau darum. Also es geht genau darum, es heißt Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet. Und das ist umstritten. Das ist deshalb umstritten, weil zum Beispiel der Anwaltsverein sagt, naja, also jetzt muss Facebook, also da geht es darum, Facebook soll melden, soll sagen, hier, da ist was mit strafrechtlicher Relevanz. Also die sollen das selber machen. Ja, und da sagt der Anwaltsverein, das ist schwierig, weil ich damit natürlich, warum? Weil das ja ein riesen Spielplatz ist, den die zwar bieten, aber das ist ja wie, wenn ich zum RMV sagen würde, dass für alle Straftaten verantwortlich, die in den S-Bahnen passieren. Ja, ich finde das Schwierige auch, und da gebe ich diesem Anwaltsverein recht, du machst ein Konzern damit zum Ermittler, also der soll jetzt entscheiden, was hier strafrechtlich relevant ist oder nicht. Die gehen jetzt, die ziehen jetzt als Privatermittler los und sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und gehen damit zur Staatsanwaltschaft. Also die können ja hergehen und können sagen, sperren wir oder so, ja. Das ist ja für mich der Unterschied, zu sagen, ja, das wird gelöscht, ist alles gut, das ist deine Plattform, kannst du machen, wie du willst, aber zur Staatsanwaltschaft zu gehen, finde ich schon. Also was ich verlangen würde, ist so ein Mittelweg. Ich würde sagen, gut, ihr müsst das nicht anzeigen, aber ihr müsst halt da mithelfen, wenn da was passiert ist, sagt mir den Namen bitte. Ja, wird ständig diskutiert, ist auch ein schwieriges, ist auch wirklich ein schwieriges Thema und wenn schwierige Themen kommen, dann haben wir einen Joker zum Glück in der Hinterhand. Wir sind schon wieder, Basti und Heike, jetzt in der angekehrten Reihenfolge. Pass mal auf, wir sind bei dem Punkt, müssen Anbieter wie Facebook und Twitter, IP-Adressen etc. bekannt geben, also den Ermittlungsbehörden, wenn der Staatsanwalt kommt und was will. Das ist ein schwieriges Thema, oder? Ja. Und deswegen rufen wir dich an. Wann müssen die was rausrücken? Also wir müssen diesen Auskunftsanspruch sozusagen rausrücken, wenn halt ein richterlicher Beschluss vorliegt. Die Staatsanwaltschaft muss das beantragen, da muss ein Tatverdacht vorliegen, dass da konkret was passiert ist. Das müssen sie vortragen und dann gibt es einen Beschluss und dann müssen sie das herausgeben. Das heißt aber vorher, wenn ich das jetzt haben will, muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich diesen Wisch in der Hand habe und den sage, hier, ich habe das, zeig her. Welchen Wisch? Ja, diesen Beschluss. Das heißt, alles, was du gesagt hast, muss vorher in die Wege geleitet werden? Genau. Bevor Facebook überhaupt irgendwas machen muss. Genau. Das muss von der Ermittlungsbehörde, von der Polizei, muss das erstmal gesichert werden und dann der Tatverdacht vergründet werden. Warum denn konkret von diesem Nutzer etwas herausgegeben werden soll? Aber dann ist es doch immer noch schwierig, weil Facebook nicht in Deutschland sitzt zum Beispiel, oder? Ja, die sitzen nur in Irland, ja. Und dann werden dort Rechtshilfesuchen gestellt und dann läuft es über ein Rechtshilfeprogramm und die irischen Behörden, die geben das dann raus. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Es kann auch dauern. Das klingt auf jeden Fall eine Arbeit. Deine Arbeit ist ja auch noch nicht beendet. Wir werden dich, wie gesagt, am Ende der Sendung nochmal anrufen. Alles klar. Okay, super. Bis dann. Also ich muss sagen, bei mir verfertigt sich der Eindruck, dass das sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Ja. Also darum, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Wenn jetzt einer schreiben würde, keine Ahnung, irgendwas, ob ich den Hassel auf mich nehmen würde, nur um das Gefühl zu haben, keine Ahnung, ich kriege ein bisschen Cash. Oder ich kriege das Gefühl, ich habe denen das gezeigt. Ja. Weil, ganz kurz, das ist nicht das Einzige, was die gemacht hat. Deshalb bin ich ja auch mal losgegangen, habe Leute besucht. Auch, also weil ich sagen wollte, was denkt ihr euch dabei, das Verstehen und das sind nicht die Abgehängten dieser Gesellschaft. Nein. Es sind Leute mitten in der Gesellschaft. Das ist die Tragik an der Stelle und die haben sich teilweise festgefräst und die sind Opfer der Algorithmen im Netz. Wenn sie einmal eine Verschwörungstheorie haben, kriegen sie das immer hinterher geliefert. Also jetzt nochmal, das kommt ja noch dazu. Die hat nicht nur das auf dem bürokratischen Weg gemacht, sondern die ist zu denen nach Hause gehabt. Das feiere ich hart. Ich finde das super. Ich wäre gerne neben der gewesen, wenn die da bei Manfred klopft und sagt, na und jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Manfred dann so klein mit Hut wird und dass die Frau an der Seite von der Tür steht, du siehst die Frau nicht, aber die schreit den die ganze Zeit an. Manfred, wer ist denn das? Was hast du denn da schon wieder gemacht? In dem Internet. Ich wusste das im Computer, war keine gute Idee. Okay, weil das sind ja meistens irgendwelche Würste und dann steht die da und die ist ja schon, glaube ich, auch, ja, ich glaube, die kann dich auch einschüchtern. Ja, Wurst. Wurst passt zu unserem Angeklagten. Da stand sie nicht in der Tür, da stand sie nicht in der Tür, aber das finde ich wirklich großartig. Aber man muss sagen, Entschuldigung, es wird so vielleicht ein bisschen viele Ausfahrten heute genommen, aber ich finde, das ist ein sehr komplexes, spannendes Thema. Wir bleiben aber jetzt wieder, wir kommen jetzt wieder zurück zu unserem Zeitstrang. Unser Angeklagter hat das, was Lossner gerade beschrieben hat, da hat das alles stattgefunden. Das heißt, wir wissen, wer das ist. Der wird angezeigt. So ist es. Der wird angezeigt. Es kommt die Polizei, die Polizei durchsucht und die Polizei findet Kinderpornografie bei ihm. Das ist immer noch der absolute Sahn, Kirschen, Torten, ich habe die Ausfahrt vor, aber ich weiß, was ich meine. Und die zuständige Staatsanwältin ist wirklich fleißig und wertet zusammen mit der Polizei das alles aus, macht ja erst zunächst einmal die Polizei und stellt fest, dass der meistens morgens früh zwischen 6 und 9 oder mitten in der Nacht diese Dateien, nämlich 896, überwiegend mit Mädchen unter 14, die wirklich sämtliche Sexualpraktiken, die es auf dieser Welt so gibt, zeigen. Auch mit kleinen Kindern, auch mit Babys. Ich sage das deshalb so klar, weil er eben genau wegen eines solchen Zitats Renate Künast so übelst beschimpft hat. Es gibt immer die Stellen hier, wo ich mich wirklich krass aufrege, da kann ich mich fast nicht mal aufregen, da bin ich sprachlos. Ja, also tatsächlich. Das hat ja eine Ironie, die ist ja schon ekelhaft. Ja, die ist auch ekelhaft. Mit Verarschen. Aber unabhängig davon hat es dieser Angeklagte wie kein anderer geschafft, auch mich auf die Palme zu bringen. Nicht nur wegen dieses Vorwurfs, sondern der hat mich so wütend gemacht. Ich weiß auch immer noch nicht genau, warum der mich so unglaublich wütend gemacht hat und warum ich drohte, die Distanz zu diesem Mann zu verlieren, auf die ich doch immer so großen Wert lege, der hat sowas extrem bürgerliches an sich im Aussehen. Was hat denn der gemacht eigentlich? Also der hat vieles gemacht. Er hat mal irgendwann Mechaniker gelernt, was heute Zersparnungstechniker heißt. Er hat dann als Versicherungskaufmann gearbeitet, ist dann in die Privatinsolvenz gegangen, hat dann umgeschult zum Sachbearbeiter für Luftfahrtlogistik und Zollabfertigung, hatte wie er sagt, schon eine Zusage vom Flughafen, dort arbeiten zu können und dann kam Corona und nun bekommt er ALG2, also wird vom Staat unterstützt und sagt, ich kann nichts dafür und so, ich wollte doch, aber es waren die anderen. Es stimmt ja auch so ein bisschen, also für Corona kann auch dieser Mann nichts, aber es ist... Ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich habe es mir genauso vorgestellt. Ja, und dann sitzt einer zu Hause und hetzt halt rum. Klar, weil er auch sauer ist wahrscheinlich. Der ist über seine Situation sauer. Ich meine, so eine Privatinsolvenz ist ja auch scheiße. Ich kann das auch verstehen, das ist auch nicht geil. Aber das ist halt dieses Ventil und so genau habe ich es mir vorgestellt. Ja. Wie Renate Künner, das hat in der Motoring gehört, haben wir auch gesagt, das sind nicht die kompletten, wo man denkt, das sind die komplett Abgehängten. Ich glaube, das hat sie eben noch auch gesagt, mit der Mitte der Gesellschaft. Ja, das sage ich ja. Johnny, dem halt scheiße irgendwas passiert ist, beruflich gesehen, warum auch immer, der dann seinen Frust, ich kapiere es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ja. Aber gut, der ist jetzt da, der ist angeklagt. Der ist angeklagt. Du hast ihn ja gesehen bei dem Prozess. Das heißt, er sitzt jetzt da und dann erzähl mal von dem Prozess. Du warst ja da, erzähl mal so ein bisschen was dafür. Ach nee, ja, das begann schon damit, dass dieser Prozess, du kennst es ja jetzt, du warst ja jetzt schon mehrfach mit am Gericht, Überraschung, Überraschung, er hatte Verspätung. So saßen wir also alle auf dem Gang. Er, er muss da sein. Nee, aber er war nicht der Grund für die Verspätung. Nein, 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 weil die Verhandlung vorher einfach länger gedauert hat. Also er saß da mit seiner, wie ich fand, unglaublich hektischen Anwältin, die da wie so ein HB-Männchen hin und her geflitzt ist. Später hat sich mein Eindruck von ihr dann deutlich verändert. Im Prozess fand ich sie ruhig und angenehm sachlich. Vor der Tür habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt denn da auf uns zu? Die schnauft da hektisch hin und her, organisiert ihre Familie, telefonisch stöhnt, laut verbreitet Hektik und alle kriegen es mit. Also ich verstehe das ja, dass man hektisch und unruhig wird und Familien organisieren muss. Kurze Frage zur Anwältin. War das so eine, wie man sich das vorstellt, szenekundige Anwältin? Oder war das eine ganz normale Anwältin? Also ich habe keinen Anlass zu glauben, dass die szenekundig war. Nein, überhaupt nicht. Also wir bewegen uns, glaube ich, auf jeden Fall bei der Anwältin nicht in irgendeinem rechten Milieu. Also das war eine ganz normale, auch seriöse Rechtsanwältin. Also wir sind da draußen, der Angeklagte relativ ruhig. Ich habe es so getan, als bin ich nicht da. Und diese hektische Anwältin, dann geht es endlich los. Und dann das Übliche, dann sagt er, wie er heißt und was er gemacht hat. Das haben wir jetzt schon erzählt. Übrigens, dass er geschieden ist. Eine dreißigjährige Tochter und eine Enkelin von fünf Jahren hat. Da erschrickst du natürlich bei diesem Vorwurf. Er hat aber gesagt, er habe einen ganz normalen Opa-Umgang. Wörtliches Zitat. Er hat ein ganz tolles Verhältnis. Die Tochter wisse auch Bescheid. Die Lebensgefährtin, die er seit zweieinhalb Jahren hat, wusste wohl nicht, dass er da an diesem Tag auf der Anklagebank in Frankfurt saß. Also dann als übliche Anklage verlesen. Und dann ist der Angeklagte dran. Und der sagt halt, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich weiß, Reue, Einsicht ist schwierig. Wie zeigt man, dass man wirklich bereut? Wie zeigt man, dass man wirklich einsieht? Und erwarten wir da nicht zu viel auch von den Menschen? Ich weiß, ich sage es immer, aber in der Tat habe ich hier gedacht, oh Gott, jetzt auch noch so ein weinerlicher Typ, der dann sagt, ich kann mir das alles selber nicht erklären und warum ich das gemacht habe. Und warum ich mich dazu herabgelassen hatte. Und wenn es eine Möglichkeit hätte. Und dann würde ich mich entschuldigen bei den Frauen und bei den Familien, von den Kindern. Und ich habe, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und das ist nur auf meinem Computer immer so aufgeploppt. Aber wir wissen alle, der Algorithmus funktioniert so. Das haben wir auch bei Frau Kühn hast ja eben gehört. Es ploppt das auf, was du vorher mal aufgerufen hast. Was hat der behauptet? Dass das einfach aufploppt? Kinderpornos? Ja. Wie, bei was? Naja, das kann schon sein, aber da musst du vorher mal geguckt haben. Nein, das kann nicht sein. Doch, wenn du vorher guckst. Also ich war auf sehr vielen dubiosen Seiten. Da ploppen keine Kinderpornos auf. Da musst du safe schon irgendwas suchen. Okay. Aufgeploppt. Das ist wieder, siehst du, das ist jetzt der Punkt, wo ich mich wieder aufrege. Das ist, die machen sich nicht mal Mühe, sich interessante Ausreden einfallen zu lassen. Ja. Das gibt es doch nicht. Ja. Weil es war natürlich, der kam nicht um den Umstand umhin, dass er so unglaublich häufig und dass sich das so steigerte. Das hast du gehört, weil diese fleißige Staatsanwältin hat alles vorgelesen. Wann war er wo, auf welcher Seite. Alles. Und der Typ hockt sich hin und beinahe. Also, gut, ist jetzt mal so, er hockt jetzt da und dann. Ja, er hockt jetzt da, dann hat er gesagt, dass er Frau Künast 3.500 Euro bezahlt habe als Schmerzensgeld-Schadenersatz. Und dass er auch... Aus dem anderen Verfahren dann, oder? Aus dem Zivilgericht. Nein, nein, das hat er... Das hat er selber gemacht. Ja, das ist auch... Hat er einfach überwiesen. Das ist auch schlau. Naja, er hat Kontakt zu ihr aufgenommen. Er braucht ja mal mindestens... So ist es. Ich mach das hier, komm. Wie viel willst du denn habe? Also, 3.500 ist schwierig, hat er auch gesagt, ist ganz schwierig, weil er ist ja so, ne? Er kriegt ja Stütze vom Staat und da hat man nicht 3.500, aber... Und mit Frau Roth werde er auch Kontakt aufnehmen und eine Unterlassungserklärung unterschreiben und so weiter. Und die Höhe, die würde jetzt noch verhandeln. Aber er habe sich jetzt schriftlich bei beiden entschuldigt. Ehrlich gesagt, ich kann den Impuls nachvollziehen, den du hast. Den habe ich auch. Aber was wollen wir denn von ihm noch? Also, die Staatsanwältin hatte ihn offensichtlich auch. Ich meine, wir müssen uns eins klammern. Der hat das jetzt gemacht. So, er kann sich wirklich mal was... Naja, also... Was verlangen wir denn von ihm? Ja, ich finde es völlig... Du hast recht, ja. Ja, du hast recht. Was erwarten wir von dem? Und das ist das, was ich ja immer sage, nur weil ich einen Sau doof finde, wird er nicht höher bestraft, muss er mehr liefern. Man kann ihm auch nicht vorwerfen, wie er sich zu entschuldigen hat. Die Sache ist halt, er macht es wenigstens. Klar, ich meine, wir müssen, glaube ich, aus Mangel an Beweisen akzeptieren, dass er es ernst meint. Aber wie sollen wir ihm das Gegenteil überweisen? Er überweist Geld, er entschuldigt sich, schreibt den... Ich weiß, mir fällt es auch schwer. Ich wollte jetzt einfach nur mal so ein bisschen Rationalität da reinbringen, zu sagen... Ja, das ist richtig. Aber auch die Staatsanwältin hat dann gesagt, also wenn ich mal gucke, was sie da gemacht haben, sie beleidigen ja ständig. Also er hat auch Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, beleidigt. Er hat die Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer beleidigt. Er hat Chinat O'Connor, die zum Islam konvertiert ist, beleidigt. Dafür, vielleicht für den Song, aber noch nicht. Nein, ich mag den. Ich mag den auch, gibst du. Ich mag den, manchmal darf es auch mal... Manchmal darf es auch ein bisschen romantisch sein. Nicht immer nur... Ich weiß nicht, ob das romantisch ist. Das ist schon ein bisschen dramatisch auch. Ja, aber Romantik kann ja auch dramatisch sein. Nicht mehr abschweifen heute. Also Spahn hat er beleidigt. Und auch da vielen Wörtern. Fotze, Stück Scheiße, Arschloch, da könnte ich kotzen. Ich weiß schon, was du meinst. Das spricht jetzt nicht so dafür. Und dann kommt, dann sagt die Staatsanwältin das. Dann sagt er, wo kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, okay, gut. Das ist schwierig. Dann kommt diese GZ-Hitze. Die Kuscheljustiz, das war ein bisschen doof. Er hat von den scheißdeutschen Gerichten... Er füllt auch alle Schubladen, die ich in meinen Schränken habe. Hier, da, da, da. Was ist denn los? Fuck Richter. Das nächste Stück Scheiße an der Macht. Also da spricht schon viel Wut aus so einem Menschen. Dass die Leute nicht irgendwann... Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, das kann dir ja mal passieren. Über einen kleinen Zeitraum. Für einen längeren. Dass die nicht irgendwann merken, ich glaube, ich bin gar nicht auf die sauer. Ich bin deswegen sauer. Das weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber gut. Vielleicht können wir einfach hoffen, dass dieser Prozess dazu beiträgt. Er selber hat gesagt, ja, über mir ist alles zusammengebrochen, als diese Insolvenz kam und so. Aha, so, Digga. Gibt es doch nicht, Alter. Der weiß das ja auch. Und das mit der Kinderpornografie ist eine ekelhafte Farce gewesen. Und der bereue das zutiefst. Und wie gesagt, er entschuldigt sich bei allen. Mir hat mal ein Verteidiger auf den Gang gesagt, solche Mandanten mag ich nicht. Am liebsten verteidige ich Frauen, die würden es nie machen. Während die Mandanten, die schwirrten immer auf die Oma, die Kinder und alles, was ihnen sonst so lieb ist. Vielleicht auch sogar manchmal die Ehefrau. Und die Frauen, die wären ganz anders. Ich kann das nicht prüfen, ob es so ist, weil ich ja bei den Gesprächen zwischen Verteidiger und Mandanten nicht dabei sein kann. Und die würden immer, die würden einmal heulen und dann würden sie sagen, so, was wollen wir jetzt? Und dann ging es los. Und deswegen würde er Frauen lieber verteidigen. Kleiner, wir wollten ja nicht mehr abschweifen. Entschuldigung. Schaffen wir heute nicht, weil es auch ein sehr, sehr weites Feld ist, finde ich. Also es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber es hat ja in unserem konkreten Fall, zu dem wir jetzt nun wieder zurückkommen, ein Urteil gegeben. Was war das? Ja, das Urteil waren zehn Monate mit Bewährung. Und zehn Monate... Ist das mit oder auf Bewährung? Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Gerichte reden immer mit oder die sagen eigentlich ausgesetzt zur Bewährung. So sagen sie es eigentlich. Und ich sage mal mit und mal auf. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist beides richtig. Und er muss zum Zentrum für Männer fragen und muss da mindestens zwei Therapiestunden machen. Was muss der? Zwei Therapiestunden. Wo muss der hinten? Was ist das? Das Zentrum für Männerfragen. Das begegnet einem häufig in Prozessen, gerade beim Amtsgericht. Da werden gerne Männer hingeschickt. Das hört sich für mich so an, als wäre das ein Zentrum, was wir am Wochenende machen. Nein, das ist ein Zentrum, das dir beantwortet, warum du möglichst demnächst in keine Reihen haust, sondern eher mal redest, wie die Eskalieren funktioniert oder wie du mit sowas umgehst. Wir Männer haben schon keine gute Leistung erbracht, dass es solche Zentren gibt. Ich weiß nicht. Ich bin hin- und hergerissen zwischen dem Puls. Ich kann mir ganz viele Leute vorstellen, die sagen, boah, es ist niedrig. Hör jetzt aber auch schon deine Ausführung zu sagen, man darf das nicht unterschätzen. Ja, tatsächlich finde ich es auch ein bisschen niedrig. Weil wir reden hier trotzdem, das ist wie immer zusammengefasst, gell? Ist das so dieses Ding, was wir immer hatten? Ja, das ist eine Gesamtfreiheitsstrafe. Weiß man die Unterteilung? Oh, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Man weiß die, aber ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ich weiß sie nicht mehr. Aber ich weiß, dass die Kinderpornografie höher verurteilt worden ist als die Beleidigungen. Und da mein ewiger Appell an alle, die irgendwie über sowas nachdenken, hinter jedem Foto mit Kinderpornos, auch wenn sie schon Millionen vor einem angeschaut haben, steckt immer der reale Missbrauch eines Kindes. Deshalb wird es bestraft. Klammer auf, zu Recht, Klammer zu. Ja, na ja, das kommt häufig. Ich habe es mir ja nur angeschaut. Ich habe ja nichts gemacht. Das Bild war ja eh schon da. Ja, richtig. Aber vielleicht ist es da, weil Leute sich das angucken. Mir fällt es schwer, das einzuordnen, muss ich sagen. Ich glaube, in der Kurze der Zeit jetzt fände ich es auch zu niedrig. Es ist relativ niedrig, aber es entspricht ungefähr dem, was die Staatsanwältin beantragt hat. Die hat auch zehn Monate mit Bewährung. Die hat einen Bewährungshelfer noch mit beantragt. Und die hat gesagt, nicht zwei Stunden, sondern Verhaltenstherapie machen. Jetzt können wir einfach mal hoffen, dass aus diesen Therapiesitzungen vielleicht eine Therapie wird. Mich hat geärgert auch dieses, man braucht kein Gericht übrigens, um eine Therapie zu machen. Man kann auch selber auf die Idee kommen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, warum es mir so schwer fällt, das anzunehmen. Von dem. Natürlich wegen des Vorwurfs. Der ist auch für mich immer schwierig. Aber warum brauche ich ein Gericht, das sagt, oh, hier gibt es Therapiebedarf. Wir dürfen ja nicht vergessen, also Menschen, der behauptet ja, er wäre nicht pädophil. Und viele aber, die sich sowas angucken, die sind es. Das ist eine Disposition, die ich habe. Das ist ja was anderes, als wenn ich irgendwo einbreche und was klaue. Also der Umgang mit sowas ist schwierig. Wenn wir mal die ganze Emotion rausnehmen, finde ich das immer sehr. Natürlich. Wenn ich mir überlege, dass die sexuellen Fantasien, die ich habe, dass ich das nicht machen dürfte, wäre ich auch traurig. Das ist sehr schwierig. Da habe ich sehr viel Glück. Das ist sehr schwierig. Und es kommt noch hinzu, dass es unglaublich wenige Therapieangebote für diese Menschen gibt. Das hat viele Gründe. Einmal, weil es ein Tabuthema ist. Keiner will so richtig, was wir zu tun haben, auch die Therapeuten nicht. Ich glaube aber nicht, dass du, weil... Und es wird häufig, relevant vor Gericht. Wenn du einen solchen Menschen als Patienten hast, gibt es jedenfalls die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann auch mal vor Gericht erscheinen musst und dazu was aussagen musst, wenn der dich... Ja, und du kriegst es ja auch mit. ...wenn dir die Schweigepflicht entzieht. Das ist ein wichtiges Thema. Deswegen gibt es so wenige, weil die Leute wollen, das wollen Therapeuten natürlich nicht mehr. Die haben ja immer keinen Bock drauf, vor Gericht auszusagen. Vielleicht haben die auch keinen Bock, sowas jeden Tag zu hören. Ja, aber... Ich finde es ganz schwierig. Eigentlich habe ich ja gedacht, geil, wir machen diese Sendung, weil ich die Justiz so sehr bewundere, dass sie nüchtern ist und ich versuche auch, so einen Blick darauf zu haben. Eigentlich gelingt mir das immer. Ich finde, beim Thema Kinder ist es ganz, ganz schwierig. Aber... ... ... ... ... Das hilft ja nicht, wenn wir uns jetzt hier alle hinsetzen. Na, du Dreckschwein und bla... Weil dadurch verschwindet es halt auch nicht. Und dadurch kann man es auch nicht irgendwie in Bahn lenken. Da kann jetzt jeder schreien. Und klar, jeder feiert sich auch ein bisschen selber dafür, dass er sich so sehr für Kinder einsetzt. Ja, ist mir egal. Aber eigentlich ist es ja kein Ansatz. Was bringt... Es bringt ja nichts, wenn wir beide sitzen jetzt hier und sagen, ah, du Dreckschwein hast Kinder-Pornos gehabt. Das hört er dann, der denkt, ja, habe ich gehabt und jetzt so. Das heißt, lösungsorientiert ist ja diese Empörung und diese Emotionalität, die man hat, dann nicht... Und ich finde es gerade sehr spannend, was passiert, weil eigentlich sie den Fall angefangen haben. Da habe ich gedacht, wir reden hier über Beleidigungen und ich habe mich krass dafür interessiert und ich habe gedacht, wow, geil, heute wird ein lockerer Fall. Weil das so ein Ding ist so... Ich habe das Gefühl, über diese Internetbeleidigung bin ich mal auf beiden Seiten. Ich bin einmal mal der, der beleidigt. Manchmal werde ich der, der beleidigt wird und mal interessant zu wissen, was darf ich und was muss ich aushalten. Jetzt sind wir aber hier bei einem Thema, eigentlich hat das ja eine komplett andere Wendung genommen, auch in diesem Prozess, dass die Beleidigungen fast egal sind. Na, fast egal nicht, aber ja. Also stehen zumindest ein bisschen im Schatten von dieser Thematik. Für die ich aber, glaube ich, jetzt ausfahrt... Ich glaube, wir sind zu einmal zu viel heute ausgefallen. Ich habe keine Kapazitäten, jetzt nochmal da auszufahren, weil das ein Thema ist, was eigentlich sehr, 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 sehr komplex ist an sich. Ja. Weiß es nicht. Ja. Das ist auch schwierig. Das ist eine krasse Konstellation, finde ich auch, diese Zusammenstellung, zu sagen, okay, da ist jemand, der im Internet Scheiße gebaut hat, plus einer, der Pornos von Kindern hat, wird jetzt zusammen verhandelt. Weil ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht komisch, ein bisschen schade, finde ich es auch, weil es eigentlich in diesem Prozess so ein bisschen die Symbolik, die Renate Künast erreichen wollte, kaputt macht. Das geht ja völlig unter. Ja. Weil eigentlich wäre es ja geil gewesen zu sagen, weißt du was, Digga, ihr ganzen Johnnies, die nichts auf die Kette kriegen und im Internet beleidigen, guckt mal dahin, wenn ihr so weitermacht, kann euch das auch passieren. Das ist sehr, sehr nervig, weil dann müsst ihr euch klein mit Hut machen und euch irgendwo entschuldigen und irgendwo hinkommen. Das geht ja ein bisschen unter jetzt. Das ist richtig und ich unterstelle mal den Hate-Speech-Ermittlern auf Seiten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die das vermutlich auch gedacht haben. Natürlich ist es so. Natürlich gucken wir jetzt, wir gucken uns den Fall ja schon an, weil der eine auf der einen Seite auf so ein angebliches Zitat reagiert und selber aber Kinderpornos hat. Deswegen gucken wir drauf. Aber ja, tatsächlich ist der Kinderporno-Vorwurf der größere Vorwurf dann und lässt so ein bisschen untergehen, dass es hier mal gelungen ist. Einmal, weil die Kühne ist einfach so. Ich wollte gerade sagen, aber das darf man nicht. Doch, sag. Ein Arsch in der Hose hat. Nein, ich finde es gut auch. Und ja, ich finde das. Du hast dich jetzt für Arsch in der Hose. Da hast du Schiss gehabt oder was? Ich bin seriös. Du bist eine feine Dame. Ich sage sowas nicht. Jedenfalls nicht öffentlich. So, weil die das gemacht hat und weil es hier, natürlich, weil der Typ da unter seinem eigenen Namen wild rumpostet, der fühlt sich ja auch sicher, wenn er sowas macht. Scheinbar. Ja, dass es hier gelungen ist, zu sagen, Stopp. Also, sie haben ihm immerhin alles abgenommen, hat er erzählt, iPhone, Computer etc. Und er würde sich überhaupt nicht mehr dransetzen. Auf seiner Seite hat sich seither nichts mehr getan. So viel kann ich sagen. Auch bei den AfD-Freunden Kinzigtal hat er nicht mehr rumgepöbelt und hat auch nicht mehr beleidigt und hat nicht gehetzt. Ich meine, das ist ja mehr als pöbeln. Ich meine, das ist ja Hetze. Das ist ja deutlich mehr. Boah. Heute ist sehr viel Chaos beim Kopf, was dieses Ding betrifft. Wir hören uns trotzdem mal nochmal was an. Was ja auch interessant war, was Sie zum Thema, ja, wie Sie eine Entschuldigung definiert in diesem ganzen Wust an Verhandlungen, den Sie da gestrichen haben. Es gibt Leute, die schreiben irgendwie ein Mist und dann schreiben sie, Täter wurde ermittelt und er hat dann der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass er erschrocken darüber ist, was er da geäußert hat. Dann fragen die einen, ob man das als Entschuldigung annimmt. Worauf ich immer schreibe, nein. Also das Mindeste einer Entschuldigung heißt doch, dass er mir einen Brief schreibt und sagt, ich bitte um Entschuldigung. Und genau, das hat die Staatsanwältin im Prozess diesem Angeklagten auch gesagt, ja, bei Frau Künast haben Sie sich entschuldigt und was ist mit Frau Roth? Hat er doch gesagt, ist arbeitig dran. Ja, arbeitig dran. Hätte er ja mal längst machen können. Frau von der Leyen. Stell mir jetzt lustig vor, dass jetzt so ganze Briefe durch Deutschland haben. Jens Spahn macht einen Brief auf dem Arm. Ja, naja, also vielleicht ist das auch das, was einen so erzürnt, dieses weinerliche, ja, ich gehe nie wieder an den Computer. Ja, ist vielleicht auch besser so. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass der Mensch nie wieder an den Computer soll. Der soll sich mal überlegen, was er da anrichtet. Und warum er das macht. Das nervt mich immer am meisten. Bei allen Kack-Sachen, die im Internet passieren, dass die Leute niemals auf die Idee kommen zu denken, ah, vielleicht bin ich am Ende des Tages sauer auf mich selbst. Nein, kommt er nicht. Das kommt er nicht. Deswegen sagt er ja auch, ja, ich biete eine Therapie an und ich hatte gehofft, dass die Staatsanwaltschaft, so hat er es gesagt. Ja, das bitte ich auch. Du bist ja ein generöses Typ. Wahrscheinlich erzähle ich das jetzt so, damit du auch dich so ärgerst. Mach ich jetzt auch langsam. Das gibt es doch nicht. Und das gibt mir sozusagen Prokura dafür, dass ich es auch getan habe oder so. Das rechtfertigt meine Wut, die ich mir sonst nicht erlaube. Und also der hatte so gehofft, dass die Staatsanwaltschaft ihm die Adresse nennt. Ich biete Ihnen eine Therapie an. Da komme ich eigentlich nicht drüber hinweg. Das klingt ja schon so. Hier also, biete Ihnen das an. Überlegen Sie sich das. Also, Digga. Egal. Ich bin froh mittlerweile. Eigentlich hatte ich Bock, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dass meine Fragen alle durchgestrichen sind und ich die berühmte Frage, auch in Staffel 4, Folge 2 an die Stelle, Heike, ist irgendwas durch meine heute ein bisschen chaotische Frage rein. Nicht rausgekommen. Sagen wir so, also, aber ich fürchte, du ärgerst dich jetzt wieder, weil, nachdem er dir angeboten hat, dass er eine Therapie macht, hat er gesagt, ich zitiere, ich bin leidenschaftlicher Sportangler. Ich poste eigentlich Fotos von den Fischen. Über die Fischbilder habe ich dann gesehen, es gibt ja auch noch was anderes. Und so ist er vom Hecht zur Kinderpornografie gekommen. Ihm fällt nichts mehr ein. Gleich liegt er auf dem Tisch. Stimmt das? Oder hast du das jetzt? Das habe ich nicht erfunden. Das habe ich jetzt wörtlich zitiert. Das heißt, ich fasse kurz für mich zusammen, bevor ich mich jetzt umnötig aufrege. Der hat gesagt, dass der leidenschaftlicher Sportangler ist. Deswegen solche Sachen im Internet nachgeschaut hat. Da guckt man ja mal im Darknet so nach Fischen, oder? Das heißt, er sagt, ich gehe auf eine Seite, wo irgendwelche Leute ihren Stolz, ihren größten Fischen, die sie gefangen haben, präsentieren. Und dadurch sind Kinderpornos aufgetaucht. Pop-Ups hatten wir ja am Anfang schon mal. Kann ich sagen, stimmt nicht. Und er wollte diese Bilder gar nicht sehen, weil wenn, dann interessiert er sich nur für Jugendliche. Und bis 2017, 2018 hat er sich sowieso überhaupt gar nie dafür interessiert, naja, und dann hat das, dann kam das, da hat das aber eigentlich immer gleich weggeklickt. Ganz ehrlich, typischer Fall von, ich würde sagen, halt doch einfach das Maul, wenn ich der Verteidiger wäre. So, fertig. Was ist das denn für eine Ausrede mit Sportangeln? Kann ich sagen, stimmt nicht, weil ich sage dir nämlich eins, wir haben mal bei 93, haben wir Sportangeln nämlich mal kommentiert. Da habe ich das auch alles bei Google eingeben und mich in Sportangeln. Und kamen da keine Kinder? Na eben, meine ich ja, nirgendwo, wo ich war, kommt das. Und ich schaue mir auch schon ab und zu Seiten an, wo man Filme illegal schauen kann. Keine Angst, keine Pornoseiten. Also die Verteidigerin hat ihn trotzdem als Mit-Drittbrett-Fahrer tituliert. Aber das ist vielleicht auch gar nicht, jetzt was die Beleidigungen anbetrifft, gar nicht so falsch. Nur einer fängt da an. Klar, das ist auch so ein Massending. Dann bist du bei den AfD-Freunden in Kinzigtal und dann schreiben die das alle und dann freust du dich, dass du dann auch was beleidigst und dann kriegst du noch ein Like für deine Antwort und dann schreibt man sich Privatnachrichten und sagst, hier, dir geht es auch schon schlecht. Wissen wir, wer daran schuld ist? Die Flüchtlinge sind schuld, die sind die Dreckschweine, bla. Und dann ist es so, diesen Impuls kann ich verstehen, nervt mich trotzdem. Deswegen war ich vorhin bei der Symbolik so ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich wäre es geil gewesen zu sagen, okay Leute, mach das, keine Ahnung, telefoniert. Ich glaube, jetzt weiß ich es, ich glaube, ich glaube, ich hätte mir jemanden gewünscht, der sich auch für mich erkennbar schämt. Mag sein, dass er das innerlich getan hat. Aber ich glaube, ich würde, es wäre mir hochnotpeinlich. Auch, der hat ja Glück gehabt. In diesem Raum saßen die Staatsanwältin, der Richter, die Verteidigerin und ich. Der hat ja Glück gehabt. Das war nicht mehr da. Ja klar, aber gut jetzt. Aber das ist auch schon doof genug. Gut, er kann es ja scheinbar nicht schauen, weil er hat ja kein Computer, kein Handy, kann gar nichts mehr. Ach so, das stimmt. Boah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein unbefriedigtes Gefühl. Kaum genug aufgeregt. Ja, finde ich auch. was mir Freude bereitet ist, wenn wir und ihr zusammenarbeiten und im Zuschauerraum, wo wir jetzt hingehen werden, uns freuen, dass sie uns sehr, 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 sehr viele Sachen schreibt und auch die Freude darüber, dass wir wieder da sind, war sehr, sehr groß. Deswegen gehen wir zu einem von euch in den Zuschauerraum. Und da haben wir sehr, sehr ausführlich Fragen bekommen zu dem Fall mit, was, Blowjob oder Wischmob hieß es, glaube ich, bei uns. Wischmob statt Blowjob? Genau. Und die fand ich sehr, sehr interessant. Wir können leider nicht, lieber Nico, du hast sehr, sehr ausführlich geschrieben und sehr, sehr von diesen Fragen hatte ich auch, die sich wirklich alle mit diesem Prozess beschäftigen, wo derjenige da aus dem Bordell rausgeflogen ist, dann noch eine Flasche auf die Polizistin geschmissen hat, bla bla bla. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören, wem es nichts sagt. Ich habe mir jetzt mal von deinen sieben Fragen zwei rausgesucht, die wir zusammen dem Herrn Lossner stellen. Der ist auch schon vorbereitet, den haben wir vorhin schon gebrieft, dass er jetzt zum dritten Mal heute angerufen wird. Also rufen wir nochmal Lossi Bossi an und dann lese ich die Frage vorher sonst. Herr Lossner, hallo. Guten Tag, Heike Berufka und Basti Reds zum dritten Mal heute. Aber zum letzten Mal für heute. Genau. Du hast jetzt quasi dein, jetzt ist für dich auch die sechste Stunde. So. Gleich klingelt's. Wir hatten hier mal einen Fall, ich hole dich kurz rein, da ist so ein Angeklagter, oder Beklagter, Angeklagter, Angeklagter, der ist aus dem Bordell in Frankfurt rausgeflogen. Erinnerst du dich? Wischmop statt Blowjob? Ja. Da hat er irgendwie noch eine Flasche geworfen. Ich hab jetzt dazu viele Fragen bekommen, ich will dir mal zwei dazu stellen. Und zwar ging's dann darum, dass die, äh, Richterin irgendwie eine Vergangenheit mit frauenpolitischen Aktivitäten hatte. Okay. Natürlich ist das jetzt ein Fall, wo man dann denken könnte, besteht eine Befangenheit der Richterin aufgrund früherer frauenpolitischer Aktivitäten und gewisser skeptischer Äußerungen über das Prozessverhalten des Täters? Also reicht das für eine Befangenheit zu sagen, hier ist ein Mann, der ins Bordell geht und da ist eine Richterin, die Frauenrechtlerin ist? Reicht das? Also, es reicht nicht, wenn sie sich jetzt außerhalb ihres Berufs frauenrechtlich engagiert. Ja, das reicht nicht. So. Es muss dann schon konkrete Anhaltspunkte dafür geben, dass sie in dem Prozess konkret ein Werturteil gegenüber dem Angeklagten geäußert hat. Also, die, die, die Befangenheit ist in dem Moment begründet, wenn der Angeklagte konkrete Anhaltspunkte hat, dass der Richter ihm gegenüber nicht mehr objektiv ist. Und das wird bejaht, wenn halt, zu dem Umstand, dass die Frauenrechtlich aktiv ist, noch Äußerungen kommen, die konkret ihn mit einem Selbsturteil belegen. Okay, das heißt, das muss immer innerhalb dieses Prozesses passieren und es kann nicht allgemein abgeleitet werden. Nee, genau, allgemein nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel auch die Fälle, dass ein Ermittlungsrichter, der schon über die Untersuchungshaft entschieden hat, dann im Prozess der Richter ist, und dann kann man ja auch sagen, die Vorbefassung ist befangen, weil er ihn ja schon ins Gefängnis gesteckt hat, im Rahmen der Untersuchungshaft, selbst das reicht nicht aus. Also im Vorbefassung mit dem Fall ist zum Beispiel auch kein Besorgnis der Befangenheit. Okay, das heißt, es müssen noch konkrete Einzelumstände hinzutreten, Werturteile, Äußerungen, die dann weitere Klüsse zulassen. Aber in dem Fall hat die Richterin ja zum Beispiel gesagt, also Sie haben offensichtlich ein Problem mit Frauen, das reicht nicht. Also mir hätte es gereicht als Verteidiger, um Befangenheit zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege da was gemacht hat. Nein, hat nichts. Aber wenn sowas kommt, dann hätte ich sofort einen Befangenheit gestellt. Das war der Kollege, vielleicht erinnerst du dich, da haben wir nämlich auch schon mal in einer Folge drüber geredet mit dir, der gesagt hat, der Mandant will eigentlich einen Freispruch, aber ich plädiere nicht auf Freispruch. Ja, ja, ja. Mit Wahlverteidiger und Pflichtverteidiger. Ja, schwierig, also ich möchte mich jetzt nicht äußern, weil ich den falsch kenne, die Aktien scanne, aber grundsätzlich hat es mir nach euren Angaben jetzt gereicht, den Befangenheit nach gegen die Richterin zu stellen. Also die Äußerung, die Sie da getätigt haben, die Sie gratisiert haben, wenn das so gefallen ist, hätte ich den Befangenheitsantrag gestellt, aber ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass das ausgereicht hätte. Aber gestellt hätte ich ihn auf jeden Fall. Das spiegelt so ein bisschen meine Gedanken gerade wieder. Ich glaube, ich hätte es auch gemacht, aber ich hätte auch verstanden, wenn es nicht gereicht hätte. Aber die Überleitung zu konkreten Äußerungen, die haben wir ja. Ich komme jetzt mal zu Frage 7 von Nico. weil die Staatsanwaltschaft, glaube ich, hat diesem Angeklagten auch Theatralik und Weinerlichkeit immer wieder vorgeworfen. Und jetzt fragt er, betrachtet man eigentlich die kulturelle Herkunft der Angeklagten? Weil natürlich, und das wissen wir, dass es in verschiedenen Kulturkreisen verschiedenste Umgänge gibt. Das heißt, was auf uns vielleicht weinerlich wirkt, ist vielleicht in anderen Kulturkreisen normal. Das kennen wir ja so ein bisschen. Er schreibt jetzt hier zum Beispiel, in arabischen Kulturkreisen ist eine gewisse, aus europäischer Sicht, Theatralik bei Beerdigungen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was er meint. Wird das vor Gericht, beachten die das eigentlich? Das wirkt ja nicht so. Ja genau, das ist ja eine Frage der Strafzumessung. Und die Strafzumessung, die Umstände des Täters, also sprich, die Beweggründe, die Ziele, die Gesinnung und so weiter sofort, aber auch das Vorleben zählt, dass seine persönlichen Erlebnisse, also persönliche Verhältnisse, das spielt ja natürlich mit rein. Und dann spielt natürlich auch die Erziehung, der kulturelle Hintergrund spielt da schon mit. In der Strafzumessung. In der Strafzumessung. Das heißt, die Staatsanwaltschaft darf trotzdem sagen, aus meiner Sicht ist das weinerlich, weil das ist ja aber auch definitiv. Die Staatsanwaltschaft kann ja sagen, die Staatsanwaltschaft kann ja sagen, was sie will. Die kannst du zwar auch wegen Befangenheit theoretisch ablehnen, aber die entscheiden ja nicht über das Urteil der Staatsanwaltschaft. Okay. Aber das heißt, die sind ja auch schon beachtet. Also eigentlich sind sie jetzt objektiv, als objektivste Behörde der Welt, aber grundsätzlich sind sie ja in dem Prozess auch Partei, also genau wie der Verteidiger. Ja. Okay. Das heißt, was die Staatsanwaltschaft sagt, die können ja sagen, was sie wollen. Ein Richter sollte sowas jetzt nicht sagen, sage ich mal. Das würde für mich jetzt auch wieder ausreichen, um einen Befangenheitsantrag zu stellen. Wenn das Zitat vom Richter gekommen wäre mit der Weihnachtigkeit. Ja. Bin zufrieden mit der Antwort. Aber der Strafzumessung kann er das natürlich sagen. Er kann natürlich in der Urteilsbegründung kann er auch einem Richter sagen, also wie sie sich danach verhalten haben, das war ja veränderlich und sie haben sich da selbst vermitleidet, das kann er natürlich sagen zur Urteilsbegründung im Rahmen der Strafzumessung. Okay doch, mein Lieber, du bist entlassen. Vielen Dank. Alles klar. Das ist das nächste Thema, wo ich das Gefühl habe, ich würde da gerne lange drüber sprechen. Ich auch, aber ich verkneife mir jetzt alles. Habe ich gerade gemerkt, wir haben uns beide die Nachfrage verkniffen über dieses, ja dann ist es ja doch so. Aber wir merken es uns und nehmen es uns mit. Nico? Das waren sehr gute Fragen, auch die anderen fünf, die übrig geblieben sind, fand ich sehr, sehr gut. Was ich auch sehr, sehr gut finden würde, wäre, wenn wir am 19.11. Ja, 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 ja. Ach so, das war so erwartet. Nein, 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 es war nicht ermahnt. Am 19.11. in die Batschkapp dürfen, natürlich unter allen Vorschriften, die dann gelten. Stand heute wissen wir es auch noch nicht zu 1000 Prozent. Wir haben es ja jetzt alle mitgekriegt in den letzten Wochen und Monaten, dass sich das ändern kann. Sobald da irgendwas ist, werden wir euch auf jeden Fall informieren. Social Media, dies, das, andere. Ansonsten hoffentlich am 14. Januar und wenn wir dürfen, deswegen habe ich den Stift eben gehoben, weil da ist es mir eingefallen, dann könnt ihr alle Christian Loßner sehen und Klaus Trescher auch. Die werden nämlich dann auch da sein. Ja, da freuen wir uns sehr. Ansonsten, ihr erreicht uns bei Twitter, Hashtag verurteilt und hier oldschool, oldschool, wie ist die Adresse, noch mal verurteilt, at hrd. So ist es. Das liest aber nur Heike, weil ich euer Hate Speech nicht lesen will. So, Freunde der Sonne. Da ist kein Hate Speech drin. Das schauen wir mal, ich weiß ja jetzt, wie man das anzeigt. So. Macht's gut, 14 Tage sind wir wieder da. Dabei, dabei. Verurteilt Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redt Eine Produktion des Hessischen Rundfunks Und Basti tout auch clear. Es ist ein Das ist Wie ustedes ab zu